So, jetzt dauert es nicht mehr lange und das neue Album kommt in dem Sinn raus. Wir haben uns in dem Sinn nur verzögert, weil wir eben noch zwei, drei Nummern eigentlich draufgeben wollten, was wir jetzt auch draufgegeben haben. Das waren die zwei Nummern, was ich mit der Andrea in dem Sinn gemacht habe, oder eine Nummer im Duett und eine Nummer von ihr, wo ich total sehr, sehr, sehr cool finde, dass sie mir in dem Sinn das zur Verfügung stellt, dass ich das machen kann und eben auch diese Tirol-Geschichte, wo ich auch dazu sagen muss, dass eben die Rechte dafür eben sehr, sehr schwierig zu bekommen waren und wir uns da wirklich dreiviertel Jahre darum bemüht haben. Jetzt haben wir sie, jetzt ist es da und jetzt sprechen wir kurz mal drüber.